Warum verrascht ihr dicke Kinder? Jetzt, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Ich hab's im Gespür, Mann. Ich hab's im fucking Gespür. Okay. So wie das tun, seh ich jetzt auch gerade aus. Nee, kein Todes-Counter. Hört mal auf mit Todes-Counter. Das könnt ihr vergessen. Das haben wir doch gerade gemacht, oder? Ja, genau. Super. Wie viele Level gibt's? Wie viel, was? Bonus-Level unlockt? Hey! Die machen wir später. 23 Level! Ach ja, natürlich, klar, dann machen wir durch. Ja, kein Problem. Ach, war die satt denn schon wieder? War die satt denn? Ja. Okay. Komm, wir probieren's. Ich bin tot. So, wir warten, bis die Kugel nach hinten... Nee, nach hinten ist scheiße. Deswegen nämlich. Oh, wir nehmen aber doch... Aha! Aha, lebt mich! Ich lebe! Ich lebe! Passt! Nicht... Was war das denn? Nein! Nicht! Nicht! Wie soll ich denn in dem Scheißding vorbeikommen? Jetzt? Hä? Okay, jetzt. Geil! Mach nix, krieg! Da passt. Krieg land! Ey, wo sind wir denn gerade drauf gelandet? Hey, ich konnte doch da gerade drauf landen. Ich hab doch doch gesehen. Ey, Kollege, bleib mal stehen! Na, geht er noch nicht. Ja, uhu! Oh, wir nehmen aber noch. Das kann doch nicht sein! Also, so kann doch kein Mensch sein! Ach komm, leck mich doch! Ja! Das ist doch echt nicht wahr, ey! Dosen! Oh, geschafft! Lauf! Wohin? Ach, nach unten, okay. Ey, pass mal auf bei meiner Merkel, ganz ruhig. Oh, was ist das denn? Ich will da... Muss ich da rein? Ist das dein Fickernst? Ist das dein Ernst? Passt. Bleib liegen und stell auf. Okay. Passt auch. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Als Zombie wird man immer nur gemobbt. Nein! Ich rote. Warte, weißt du, was ich jetzt mache? So, ihr könnt mich jetzt mal... Ich smooth jetzt ganz easy mit meinem Köppes zum Checkpoint. Klappt super, Tobi. Beste Taktik. Ich glaube, das ist nicht vom Kopf ausgelegt, kann das sein? Och, Gott. Ich roste euch aus. Voll lustig, ne? Okay, komm. Jetzt spiele ich mal ernst. Also... Jetzt spiele ich mal ernst. Ich habe mich dazu entschieden, ich spiele es nicht mal mit Ed. Ich spiele es mal mit Ernst. Und der hat nämlich das Feature, dass er direkt beim ersten Sprung tot ist. Fall runter, du bist... Ich deinstalliere dich. Ich schwöre. Warte. So. Ich komme, die Bubi! Nein! Hör doch auf. Das ist doch Mobbing, ey. Echt? Das ist wirklich Mobbing. Warte. Dann gehe ich hier rüber und darüber kommt wieder dieses scheiß Maul. Ach, ich darf da gar nicht runterspringen. Jetzt schau mal vor, jetzt eure Kinder. Dann kriege ich wieder Zone-Holz. Zone-Holz kriege ich doch. Komm, steh auf. Das hat mich gar nicht berührt. Es hat mich nicht berührt. Lauf dir doch. Müssen wir erst mal... Kannst du ja, dass wir erst mal hier an den Rand hüppen müssen? Okay. Nicht direkt ganz runter. Das tun wir auch gleich wieder tot. Und ich möchte nicht noch mal sterben. Das ist nicht so ein Hobby von mir. Sterben. Sterben. So, hier muss es gehen, oder? Au. Ich häng fest! Ich häng... Ich häng fest! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Ne. Lägg mich! Das kann... Ja! Ey! Das ist doch nicht wahr! Da hast du es endlich geschafft, weißt du? Und dann hängst du da fest! Was soll der Scheiß? Zack! Und schön beim Runterspringen ist runtergefallen. Teile ich mir den Arsch abgelacht, Tobias! Nicht mehr nicht. So. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich weiß, dass mein Kopf da runter... Mein Kopf, ne? Der ist nämlich... Nein. Nein! 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 so jetzt jetzt aber wer Gott nicht nur mal nicht nur mal Ja, es ist ständig der gleiche Scheiß, weißt du? Warum springe ich da? Warum springe ich da, wenn ich genau sehe, dass das Ding gleich wieder zurückkommt? Ich weiß es nicht. Das ist die Gier. Ja, jetzt muss ich es schaffen. Ja, geil. Geil, ich muss Pro-Gamer sein, den lieben Scheiß-Spiel. Nicht springen. Warten. Genau. Jawohl. So ist fein. Ach ja. Ja, ich hecke drauf. Steh auf. Was ist das? Der Hände dran. Das kann doch nicht sein. Es ist zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen gerade. Ich habe voll keine Nerven mehr dafür. Okay, wir haben die Dosen. Ach, ne, nicht schon wieder, du. Was willst du denn schon wieder von mir? Da greif ich mir an den Kopf, du. Da greif ich mir echt an den Kopf. Greif ich mir, du. Das ist doch tiefer diesmal. Ja, wunderbar. Sehr beruhigend. Wo war der Plopp? Der Plopp. Nein. Doch. Okay. Boah. Also ruhig, Kollege. Das war nur die Hand. Der Kopf lebt. Nein, er lebt natürlich nicht mehr. Mein Kopf ist runter und raus. Ich muss nicht weitergehen. Nein. Die Welt hätte über mich gesprochen, hätte ich das so geschafft, Alter. Yo. Erstmal drei von den Rittberger da hinten. Läuft. Das ist wie so ein Kind, weißt du? Das ist so richtig dumm. Das ist immer wieder auf die Herdplatte. Immer wieder auf die Herdplatte drauf langt. Aber das tut doch weh. Komm, lenk mich doch. Spring doch einfach, wenn ich drücke. Nein. Kann ich nicht einfach die Rasierklinge sein und irgendein anderer Doofi läuft hier durch? Das wäre doch der ideale Multiplayer-Part. Ist da hinten, ist der Checkpoint, ne? Okay. Nein! Wollte ich einfach schlau sein, weißt du? Aber ich hätte es mir ja denken können. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich kann von euch an. Das müssen wir schaffen. Das schaffen wir. Das müssen wir schaffen. Das schaffen wir. Da komme ich rum. Da komme ich rum. Mann. Okay. Schwarz-Braun ist die Haselnuss. Schwarz-Braun bist da unten. Hey, das schaffen wir doch nichtmals bis da unten. Da sind wir doch sofort tot. Was kannst du mir denn nicht erzählen? Dass wir da... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Mama. Sieg da, ey. Levato. Ich lebe. Ich bin tot. Müssen wir da runterspringen, oder was? Dass wir da drauf immer landen? Ich glaube schon, ne? Run, Dad. Wenn ich über 500 Meilen gehe, dann bin ich über 500 Meilen mehr. Tschsch. Nein. Oh. Wie sollst du immer mit dem Kopf da runterspringen? Weiß das klappt? Well. Okay, das heißt, man muss tatsächlich da runter jumpen. Ja, das wird ja lustig. Wie soll ich das denn schaffen? Vielleicht erst mal hier unten drauf. Naja, klappt nicht. Das Problem ist... Wir müssen weiter in die Mitte. Wir müssen uns eigentlich direkt hier in der Mitte fallen lassen. Na gut, probieren wir doch nicht. Direkt hier. Aber dann... Ist die Chance ziemlich groß, dass wir tot sind. Wahrscheinlich schaffen wir es gleich lebend nach unten und prallen dann in irgendeiner Ecke ab und sind trotzdem tot. Ja. Das kann ich mal so schlecht bis jetzt. Ne, war aber falsch. Ich habe gerade in den Chat gelesen, da hat einer geschrieben, das ist dein Lieblingslevel. Warum? Stehst du auf virtuelle Qualen? Nein, da waren Dosen. Wenn ich mal auf irgendeinem Scheißding liegen bleiben würde, dass ich mich mal orientieren könnte. Nein, nein, ich falle sofort wieder runter. Okay. Das ist weit. Aber wir hätten fast die Dosen geholt. Die Dosen sind als Einsicht wichtig in diesem Spiel. Ha! Ich glaube, ich habe den Trick rausgefunden. Springen und dann nur leicht nach vorne. Ich habe das Spiel besiegt, Mann. Gleich bin ich tot. Da ist es. Okay. Oh, jetzt heiße ich mir mal dein Dös hier. Hätte in dein Dös hier noch keiner reingelunzt. Nein! Nicht unterfallen, bitte nicht, Mama. Ha! Freunde, ich glaube, wir haben es geschafft. Vorsicht. Noch ziehen wir nicht durch. Jetzt ziehen wir durch. Also sind wir nicht durch, sind am Checkpoint. Was ist das denn jetzt? Sowas kann ich erleiden. Ich habe für sowas keine Geduld. Also überhaupt gar nicht. Siehst du, ich will jetzt hier so schnell... Ich lebe noch. Aber ich kann es nur machen. Jump! Schade. Das klappt vielleicht. Warte mal. Kann ich nicht. Hör dich da drauf. Lalalala. Lalalalalala. Das heißt, die treffen sich ja hier nicht, ne? Ha! Super. Ach, zu früh. Fickt auch die Ende. Lass mich doch spinnen, doch, Mensch. Mal, jetzt schaffen wir es. Guck. Kakadanga, kakadanga. Kakadanga, kakadanga. Kakadanga. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Warum war ich da so furcht? Ich sag dir, ich hab für sowas keine Geduld. Das ist ganz schlimm bei den... Bei den Jungen. Das ist ganz schlimm bei den Jungen. Wo muss ich... Da muss ich hin, oder? Das schau ich doch nicht. Da hinten muss ich hin. Schnell! Da muss ich hin! Nee, auch nicht. Au. Ja, da war mein Arm. Jetzt! Da muss ich hin. Oh nein! Hä? Ich glaub ich hab grad gescheatet. Ist mir kahl! Geschafft! Jetzt! Oh. Hat ja wieder nur 14 Minuten gedauert. Ja, ich glaube ich bin. Oh. 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 Über diese ironischen Kommentare dann in dem Chat, weißt du? GamerGottTobi. Als ob das ernst gemeint ist? Was ist das? moonshine dead zone ich weiß es nicht mehr fangen wir waren das hier ist cool ist das moonlight sonata ich glaube schon oder heißt das sonata wie er dazu halt einfach läuft so bescheuert okay was steht hier das leid okay ich soll am licht stehen bleiben warum nein ich bin am licht stehen geblieben wie durchgeknallt test ist doch elf denn du kleine kleines monster willst mich leiden sehen das findest du lustig naja da habe ich vorhin bei emily über hier bei emily was der play schon gemerkt doch nur die dosen haben so wie der fettsack da ich wollte nur die dosen haben das sieht doch falsch aus irgendwie candy sausage taste sweet meat immer wieder die alte da okay so wir bleiben jetzt diesmal im lichtschein stehen hier kommen das blöd so weiß das nicht hin will ich weiß dass zum beispiel dass es nach rechts will da kommt ein checkpoint ich glaube da kommt natürlich auch noch hindernisse dazu ich meine ist ja nicht schon schwer genug, in diesem Lichtkegel zu bleiben? Nein! Und dann diese pseudo-beruhigende Musik, weißt du? Die einen in Wahrheit aber voll aggressiv macht. Entspannung. Ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Jetzt, jetzt, komm mal dahin, jetzt, komm mal dahin, komm, 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 komm. Wir haben es geschafft. Alter, ich... Weck mich. Ey, das ist... Ich weiß, wie ich springen muss. Ich hasse das. Okay. Die Dosen. Die Dosen! Hey, der hat trotzdem mein Bein getroffen. Das könnte doch nicht sein. Ich bin schnell genug für den Lichtkegel. Ich bin schnell genug! Wo war's? Ich war nicht mehr schnell genug. So eine Scheiße, Alter. Das kommt nochmal, ne? Wo müssen wir lang? Ich weiß, was ich... Ich weiß, was ich... Das ist gar nicht mehr so schlecht. Das ist... Ja, das ist gut. Jetzt schnell weiterlaufen. Nein, der hat doch einen Arm! Das ist scheiße. Beide Arme werden besser. Lieber Arme dran als Arme ab, ne? Hat Mutter in mir gesagt. Und das ist wirklich so. Nein! Das war nur der Schatten. Okay, alles gut. Ich will die Dosen haben. Ach, stimmt. Da kam ja noch so ein Ding. Nein! 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 Ich bin... Ich glaube, Ben & Ed ist wirklich so ein Spiel, wo du einfach... Du spielst das einfach fünfmal. Fünfmal. Fünfzehn, zwanzigmal hintereinander. Und da weißt du einfach irgendwann, wann was kommt. Und dann hast du es auswendig gelernt. Außer du heißt Tobinato. Und weißt dann nach dem fünfzichtausendsten Mal immer noch nicht, dass da noch so eine Säge kommt. Das kann natürlich durchaus sein. Shit happens, ne? Shit happens. So, da kommt die andere. Pass auf, wo bleibt sie? Da ist sie. Ich wollte doch nur kurz warten und mal gucken, Mensch. Jetzt habe ich schon wieder kein Bein. Also, eins fehlt. Nein, warte. Ich bin zu langsam. Mann, das ist... Das ist Mobbing an Behinderten. Das müsste dann viel langsamer gehen, weil ich nur ein Bein habe. Das ist doch assi. Okay, da kommt die Schere. Achtung. Das Spiel lässt mich altern. Ich finde es immer noch cool, aber es lässt mich trotzdem altern. Ein geschätzter 5000 Jahre. Okay, spring. Weiter. Nur mal springen. Ist dir sicher. Sicherheit. Ich weiß nicht. Doch, doch. Jo. Ja, wo geht es weiter? Ach so, das ist... Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, schön. Jetzt ist es ganz dunkel, oder wa? Was? Da geht es gleich rechts rum. Was habe ich wohl noch gesehen? Zum Glück geht es nicht auf Zeit, Mann. Der Entwickler dieses Spiels ist ein sehr, sehr hässlicher Mensch, muss ich immer sagen. Ja, wo lang jetzt? Da oder da? Dosen! Dosen-Sport. Das ist ein diabolischer Mensch. Kann ich hier aber drüber hüppen? Oh, geil, ey. Logger. Das war jetzt einfach. Das ging. Und hier muss ich jetzt wahrscheinlich wieder diesen wunderschönen Lichtkegel bleiben. Ja, okay. Aber wir haben Dosen gefunden. Ihr hätt mal Dose gefunden. Passvoller Dosen! Hätte ich nicht nur mit meiner Milz die Dosen da mitnehmen können? Ach, jetzt war ich zu schnell auf einmal, oder wat? Du bist ja vielleicht auch nicht so zimperlich. Zimper... Zimperlich! 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 Zimperlich weiterlaufen, du Mamado! Döööö. 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 Sehr gut. Nein. Hüah. Da ist der Checkpoint. Hat sich noch irgendwas passiert? Ja. Okay, die Metal-Fan. Ah, wird weiterlaufen müssen. Okay. Wird dieses Level etwa ein Rekordlevel? Noch nie hat Tobinato LP in einer Runde Ben & Ed. Oder Ed & Ben. Oder Ant Ben Ed. Nehmt ihr, wie es braucht. Ein Level so schnell abgeschlossen. Wo muss ich lang? Ich weiß es mal nicht. Da, die war. Dosen. Dosenpüree. Okay. Nein. Nein. Ich weiß es nicht. Ich schlauche. Oh, das ist scheiße schwer, Alter. Was ist das denn? Da hinten ist der Checkpoint. Können wir da unseren Kopf hinwerfen? Nee, ich glaube nicht. Kriegen wir einen Headshot. Erstmal erst mal, das ist wirklich scheiße schwer. Ich meine, so ein Stück Scheiße kann schon schwer sein, aber das ist halt richtig scheiße schwer einfach. Weil es halt so unberechenbar ist. So verdammt unberechenbar. Ja, aber es klappt. Es klappt. Es klappt. Wir kommen. Wir kommen. Wir sind dran. Wir sind dran. Dosen. Mein Lebenselixier. Ist er gleich da? Mir hätten es gleich geschuft. Ich glaub's nicht. Das Ende. Ja. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ich bin zufrieden, ey. Ja, geil. Ja, das war echt gut. Jetzt wird es aber natürlich wieder schwieriger, weil... Genau, jetzt geht es nämlich wieder so los. Ja, beruhig dich doch mal. Lass mich doch kurz wenigstens einmal am Abend Lob aus den Zuschauern oder von den Zuschauern holen. Du hast Dosen bei 4, 24, 25, 54. Ja, ja. Okay. Sehr gut. Ja, der mit dem Kind, der soll wieder auf der Herdenplatte langt. Das ist scheiße. Du kannst ja gar nichts machen. Ich muss doch da lang laufen, Mann. Bei der gleichen Berührung schon, oder was? Okay, müssen wir halt vorbeispringen. So, leckt mich doch. Da ist ja so ein scheiß Messer. Ja, danke. Herzlichen Dank auch. Steh auf. Oh, das war knapp. Da ist ja so ein scheiß Ding. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ach, leckt mich doch. Das ist doch so unfair. Er braucht dann aber auch immer so ewig, bis er aufsteht. Ich muss erst mal diesen super Shawn Michaels Jump machen, weißt du? Ja. Wenn er ihn nicht macht, braucht er auch lange. Fuck mich. Er hat mich gar nicht getroffen, das scheiß Ding. Er hat mich gar nicht getroffen. Ach, da war ja noch eins. Jetzt werde ich sauer. Warum warte ich denn? Ich muss doch weiter laufen. Es hat mich schon wieder nicht getroffen. Habt ihr das gesehen? Steh auf. Steh auf. Steh auf, du stinkender scheiß Zombie. Ich vergesse immer, dass da noch so ein scheiß Ding ist. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Beziehungsweise, ich vergesse es nicht, aber ich weiß nie, wann es kommt. Das ist, was sie gesagt hat. Ja. Hat sie das. Weg, 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 weg. Das kommt nochmal zurück. Da kommt noch so eine Ding. Boah. Jetzt bin ich froh, wenn das vorbei ist. Da, dieses mit diesem scheiß Lichtkacke. Da, ey. Das ist... Ah. Lass mich in Ruhe. Ich möchte bitte, wenn wir gleich mit Ben & Ed fertig sein sollten, ich möchte Schmerzensgeld gezahlt haben. Von jedem, der gefordert hat, dass wir Ben & Ed spielen. Es hat mich schon wieder nicht getroffen. Ich brauche dieses Schmerzensgeld. Ich muss meine Kur bezahlen. Ich brauche eine Kur. Wir könnten so geil weitermachen, jetzt während der dann noch zwei Arme hat. Weißt du? Nein, er muss einfach liegen bleiben die ganze Zeit. Ich meine, er hat nur einen Arm und einen Bein losgekriegt. Das ist Zombie. Der kriegt eh nichts mehr mit. Jetzt wollen wir da nur ein Bein. Das kannst du wieder knicken, ey. Oh. Sehr gut. Dosen. Da kommt noch so ein Ding. Warte. Hör. Nein, der Kopf lebt noch. Fick dich, da war der Checkpoint. Du hast das gesehen. Kann ich nicht einfach meinen Kopf... Kann ich meinen Kopf nehmen? Ist der zu langsam oder geht das? Ja, der war jetzt zu weit geworfen. Aber eigentlich würde mich mal interessieren, ob mein Kopf zu langsam ist oder ob das geht. Ach, ich habe da gar nicht die Zeit für, weißt du? Nein, er ist zu langsam. Okay. The Walking Ed. Das ist sehr gut. Es trifft mich überhaupt nicht, das Scheißding. Aber es klappt trotzdem immer wieder. Das ist gut. Jetzt lauf. Wie lange will der da liegen bleiben? Äh, ich habe nur noch zwei Arme. Es gibt Leute, die haben gar nichts mehr. Die haben keinen Kopf. Er hat auch einen Kopf vielleicht schon, aber die haben keinen... Die haben keinen Kopf. So. Aber die haben keine Arme mehr und keine Beine mehr. Und keine Ohren mehr. Okay. Boah, stell dir das mal vor, du bist blind, taub, hast keine Arme und keine Beine mehr. Stell dir das mal vor, was machst du denn dann? Das ist echt krass. Du wärst der perfekte Fußball-Fan einfach. Du wärst DFBs Lieblings-Fan. Du wärst DFBs Fan des Jahres in 30-facher, äh, hinter, 30-fach hintereinander. Weil du könntest nicht, du könntest nicht, du könntest nicht schlagen, du könntest keine Böller werfen. Du würdest nicht so rumschreien, weil du hörst dich ja selbst sowieso nicht. Ja. Und du könntest dich nicht prügeln mit irgendjemand anderem. Du wärst DFB-Fan des Monats noch in 40 Jahren. Ich weiß, es ist makaber. Aber ich mag Kaba nicht. So, was kam hier, warum sind wir hier gleich, warum sind wir hier gerade gestorben vorhin? Ja, ich weiß warum. Wegen diesem Fick-Ding. Warum mach ich das hier eigentlich? Warum tu ich mir das hier an? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Das war knapp. Steh auf! Ey! Doppelt penetriert. Was hat die Elf jetzt schon wieder hier? Ich hab's doch gesehen. Twitter. Twitter. Achso. Weil ich geschrieben hatte, dass ich, äh... Jaja. Lieber Elf, ich muss tatsächlich sagen, ich feiere das Spiel, ähm... Ich feiere das Spiel immer noch. Lustig finde ich es aber immer noch. Es macht aggressiv. Auf höchstem Niveau. Aber ich glaube, das liegt einfach daran... Ich spiele sonst keine Jump'n'Runs, so wirklich. Also, ähm... Ich bin damit eigentlich nur vertraut. Boah, das Einzige, was ich kenne, ist FIFA und Shooter. Gut, so schlimm ist es jetzt nicht, aber... Ne? Das ist halt so dieses Mainstream-Gezocker, was man sagt. Ben & Ed ist halt mal so ein Spiel, wo du wirklich mal so ein bisschen die Reaktion testen musst. Durchaus wird auch dein Aggressionspotenzial getestet. Also, mit... einem vorbestraften Serienkiller würde ich das jetzt hier vielleicht nicht machen. Der jeden Tag noch seine Tablettchen morgens bekommt, damit er nicht total aggro in der Birne ist. Würde ich das jetzt hier vielleicht nicht zocken. Unbedingt. Ja, weißt du, du guckst nach dem einen, da kommt schon ein anderer ins Bild. Dabei müsste ich's wissen. Ich hab's schon 20.000 Mal gemacht jetzt. So, wo kommt das nächste Scheißding? Da vorne. So. Oh, Mann. Jetzt kommt hier gleich nochmal eins, was ein bisschen höher ist. Genau. Boah, das war knapp. Boah, das ist echt widerlich. Ich könnte auch einfach meine Bildschirmhelligkeit höher drehen, ne? Das würde doch bestimmt funktionieren. So, da ist das Ding, was höher ist. Ah, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Warum bleib ich denn immer stehen, Alter? Ja, 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 ja. Äh, ne, FIFA machen wir heute nicht, tatsächlich. Weil die Frage gerade im Stream kam. Ähm. Wie lange geht das Stream noch? Ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir denn gerade? Ja, ich denk mal so bis zum 1. Ich denke mal, 1 ist in der Mitte der Uhrzeit. Ungefähr so. In dem Dreh. Vielleicht hab ich ja vorher einen Herzinfarkt bekommen, dann ist er gleich vorbei. Ah. Herrlich. 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 Äh. Jetzt! Weißt du, mit einem Arm bewegt er sich sofort. Aber wenn er zwei Arme noch hat, kann er sich nicht bewegen. Was ist das für eine Logik? Was ist das für eine Logik? Ich hab Angst. Aber bist dich, Digga. Nein! Boah. Das ist der Moment gewesen. Jetzt haben wir's geschafft. Fick dich! Einen Scheißdreck haben wir, Mann! Okay, warte. Ich probier's jetzt noch dreimal. Ansonsten geb ich jetzt gleich mal kurz in die Pause. Dann machen wir ein kurzes Päuschen. Ja? Und, ähm... Weißt du, es gibt bei so Jump'n'Runs hab ich zumindest immer den Moment, wo ich dann einfach gar nichts mehr hinkriege. Und es ist gut möglich, dass ich gerade an diesem Moment angekommen bin. Es waren nur die Hände. Oh mein Gott, haben wir's geschafft? Nein! Fick! Deine! Ich muss kurz Pause machen, Alter. Das hat gar keinen Sinn. Äh, ich mach kurz Pause. Und wir machen kurz, äh, weiß ich nicht. Fünf bis sechs Minuten. Ich geh eine rauchen. Ich sag's ganz ehrlich, wenn ich gerne rauche. Ich brauche eine Zigarette. Sonst raste ich noch aus. Ernsthaft. Ne, wir machen kurz Pause. Können da Pinkel gehen, euch was zu trinken holen. Was auch immer. Und dann sind wir gleich wieder da. Dann spielen wir noch ein Ründchen Ben & Ed. Und dann, äh... Ja, Pandoria. Nein. Nein. Einfach nein. Ich glaub an gar nichts mehr. An nichts mehr. Nichts. Wie gesagt, wir machen kurz Pause und dann sind wir gleich wieder da. Mit... Wir spielen irgendwas mit Barbie. Ich zeig euch meine Barbie-Puppen. Oder so. Ja. Also, bis gleich. Ach so, ich muss erst mal... Ich muss halt die Cam noch ausmachen. Warte mal. Soll ich das Spiel nicht abschmieren? Das können wir nochmal alles von vorne machen. Also, äh, bis gleich. Wir sind kurz in der Pause. Plopp. Also, bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020